Also, das Gefühl der Zuschauer scheint ja nicht den Proben zu haben. Bei Rasterpächter. Könnte sich erlauben, Bamberg. Hat erst acht Punkte in diesem dritten Töbel zugelassen. Seth Inrichs für zwei. Er findet immer besser in seiner Form, auch in dieser Serie jetzt nicht wach, sondern mit guten Leistungen und hier auch mit dem guten Pass. Hat er mir gesehen, wie Djinovic gegen Bray verteidigt? Was hat man sich gegen Djinovic? Achten Sie ruhig auch mal auf eben Situationen. Ach, wieder. Also, glaube ich gar nicht. Ist noch lange hin. Rasterpächter. Die Spiele gewinnen, was Sie aber eben in dieser Saison schon so oft gemacht haben. Gegen Alba. In Bamberg. In Bamberg. busy.